David, du bist jetzt schon ein bisschen länger zurück, auch gerade ziemlich aus der Puste. Nimm uns mal mit, wie war jetzt die erste Woche für dich, seitdem du wieder hier bist? Ja, es war die erste Woche für mich. Es ist schwierig ein bisschen, dass die Mannschaft ist im besseren Level und ich bin hier. Aber jetzt muss ich arbeiten. Nach dem Training mache ich extra Training, ein paar Laufen. Das ist schwer, aber es ist okay. Das ist Fußballpreise und am Sonntag ist das erste Spiel. Und ja, ich muss, I have to be early. Wie fühlst du dich generell? Nach dem Urlaub durch die EM bist du ja ein bisschen ohne große Pause gewesen. Wie fühlst du dich selbst generell? Ja, ich hatte drei Wochen Pause, Holiday. Ja, ich war in Polen. War eine gute Zeit für mich. Nach der langen Saison. Diese Pause war gut für mich und jetzt bin ich sehr motiviert. Letzte Frage. Wie ist dein Eindruck vom neuen Trainer und den ersten Trainingseinheiten unter ihm? Ja, das ist ein neuer Trainer. Die ersten Tage für mich war okay. Ich habe mit dem Trainer gesprochen ein bisschen. Ich bin sehr motiviert. Es ist eine neue Zeit, neue Trainer, neue Taktik, neue Training. Aber für mich ist es okay. Ich hoffe, dass wir ein gutes Spiel werden. Das ist wichtig. Es ist wichtig. Bis zum nächsten Mal. Ich kann euch das erste Mal sehen. Ich bin sehr viel zufrieden. Ich bin sehr viel zufrieden. Ich bin sehr viel zufrieden. Ich bin sehr müde.